Alter was machen Gigi und ich hier. Wir fahren jetzt schon seit 15 kochen hier nebeneinander rum ey. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GT Sport. German GT Series mal wieder. Ich sag schon mal vorab wir haben ja einige technische Probleme nicht nur ich die anderen auch irgendwie. Und ich bitte euch falls irgendwas in dem Video vorkommen sollte das zu entschuldigen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Probleme andere Leute zu hören wenn mein Junior Account in der Party ist. Also könnte es sein dass ich die Aufnahme nicht über den PC mache sondern über die Playstation Share Taste. Das heißt es gibt dann nur 720p statt 1080p und das Bild sieht ein bisschen hässlicher aus aber ich hoffe ihr kommt damit klar. Das ist das was ich zur Not machen werde ansonsten wenn es funktioniert ist alles wie gewohnt. Und ja ansonsten wünsche ich euch viel Spaß das hier ist der Lauf 2. Ente ist mit mir am Start hier gerade noch. Hallo Ente. Hi. Die anderen beiden also Marcel und Christoph haben auch gerade irgendwelche technischen Schwierigkeiten die sind ja zusammen zu Hause. Die machen quasi LAN Party. Die sind jetzt gerade nicht da aber gleich im Rennen werden sie da sein ihr werdet sie dann hören. Und ja ansonsten wie gesagt wünsche ich euch viel Spaß aber ich werde keinen Spaß haben. Noch mal kurz vorweg die Strecke ist absolut hässlich. Ich kann hier gar nichts und ich starte von Platz 6 oder so. Und das heißt ich werde nur im Mittelfeld rumdümpeln. Aber es gibt vielleicht geile Zweikämpfe mal gucken. Das ist das einzige was mir noch ein bisschen Spaß bringen könnte aber vorne werde ich wahrscheinlich nicht mitfahren können. Aber Schlusswort ich wünsche euch viel Spaß. Wir wechseln nicht ins Qualifying weil es kein Qualifying gibt. Wir werden automatisch auf unsere Plätze verwiesen und das Rennen startet jetzt gleich sofort. Also viel Spaß mit dem Rennen. Ich habe dir jetzt schon das vierte mal viel Spaß gesagt. Ihr wisst Bescheid. Viel Spaß. Ihr wisst Bescheid. Bis gleich zum Rennen. Noch mal kurz ein kleiner Nachtrag um das noch mal kurz zu erklären. Weil es kein Qualifying gibt. Die ersten sieben werden von der Fahrerwertung her umgedreht. Das heißt Platz sieben ist eins und eins ist sieben. Aber nur die ersten sieben. Der Rest startet so wie sie in der Fahrermeisterschaft gerade stehen. Aber ansonsten wird es umgedreht. Das heißt auch quasi Platz vier bleibt Platz vier weil es genau in der Mitte ist. Aber nur als kleiner Nachtrag und jetzt wirklich zum Rennen. Viel Spaß. Action. Bei Neues sind wir noch. Ja jetzt muss ich viel Glück für die Lobby und viel Erfolg im Rennen. Das hat aber auch gut gepasst. Wir haben jetzt 9 Uhr. Normale Startzeit. Mein Energy ist leer. Jetzt funktioniert es. Confirmed. Aber ein Fahrer fehlt. Irgendwie. ich werde Nö. Gott sagt einer ich konnte nicht beitreten oder so. Ja. Theoretisch alle da. Ich hab ne Startampfen, die geht ja auch. Boah, Alter! Ich habe jetzt damit gerechnet, dass da wieder was kommt, weil wir direkt den Raum vermachen. Ich habe viel weniger Grip als in der Trainingslogge. Auto ist leichter. Stimmt. Alter, was machen Gigi und ich hier? Wir fahren jetzt schon seit 15 Kurven hier nebeneinander rum, ey. Oh nein, fuck it. Ne, nicht hier, Torsten, nicht hier. Ne, nicht hier, Torsten. Alter, lass mir mal Platz hier. Ne, nicht hier, Torsten, nicht hier. Es ist richtig, Herr, Korb. Ich bin der Punkt. Schnell nicht, Herr, wir fahren. Ich bin der Punkt bei mir, also die sich die Sonne, gleich weiter übernommen. So, was die Haare? Ich bin der Punkt, Ah, danke. Bitte. Aber du kannst doch nicht eh nichts anderes machen, oder? Alles gut. Ja. Jau, ey. Tickel darauf das Ganze, ey. Oh, die GTRs gehen mir hier alle ganz schön auf den Sack, Mann. Ey. Müsst ihr mich alle so wegdringen? Müsst ihr mich alle so wegdringen? Müsst ihr mich alle so wegdringen? Müsst ihr mich alldringen? Tickel. Ganz so viel schneller entdeck fahr vor. Ne ne, das wird eng. Leck vorne. Ey, was machst du? Hör mal, hörst du Zeit. Hör mal, hörst du Zeit. Wie viel Runden muss ich die Strafa bauen? In drei, ja. Oh nein, Alter. Ja, das ist okay. Rennen wir das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein bisschen komisch ran da an Maiti Mark, aber ich glaube nicht, dass es was wird auf Dauer. Ich glaube nicht, dass es was ich. Ich glaube nicht, dass es was ich. Ich glaube nicht, dass es was ich. Ich weiß nicht, wo die fucking Family nun liegt. Ja, ich kann nicht, ich weiß nicht, wo die Family nun liegt. Die hat die, glaube ich, auf die Felserbahn, ich habe die nicht gehabt. Nein, nein, die liegt hier, die liegt hier irgendwo, aber ich weiß nicht, wo gerade. Ich bin wenigstens hier auf die Gerade, wo ich nicht mehr schalten brauche. Aber hast du 20 Sekunden? Die letzten Sekunden, dein Schärfter. Ich weiß nicht, wo es will ist. Ich weiß nicht, wo es ist, 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 wo es ist. Ich bin mal gespannt, wie deine Strategie ausgeht. Wenn du direkt hinter mir sein solltest, dann überlasse ich dir den Platz. Am Ende. Am Anfang, ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich schnell werde. Es war einfach nur freie Fahrt. Dass ich keine Zweikämpfe habe, wo es Reifen verbraucht. Ja, wie gesagt, wenn du am Ende direkt hinter mir bist, dann gibst du dir deinen Platz wieder. Die letzte Trap-Verdelung. Die letzte Trap-Verdelung. Die letzte Trap-Verdelung. Das ist aber echt eine KTR-Strecke, da kannst du nichts gegen machen. Was? Guck mal, der Thorsten mit einer 0-2, Alter. Krass. Krass. Das ist krank, ja. Fett ja auch, KTR. Krass. Elisabeth. Das ist krank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020